Nach dem schweren Unfall auf der A7 wegen geworfener Gullideckel hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 50 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Hildesheim. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann wird verdächtigt, bei Hildesheim in der Nacht zum Samstag zwei Gullideckel von einer Brücke auf die A7 geworfen zu haben. Einer traf ein Auto, dessen zwei Insassen schwer verletzt wurden. Der zweite verursachte mehrere Autoschäden auf der Gegenfahrbahn. Untertitelung des ZDF, 2020